Musik 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 Ich kann Ihnen wirklich stundenlang erzählen, warum Berlin super ist, warum ich das super finde, warum ich hierher komme und warum wir jetzt hier sind. Das Wichtigste ist, schauen Sie sich wirklich selbst an. Kommen Sie, Sie können gucken, Sie können Termine mit uns vereinbaren, Sie können sich den Standort anschauen. Es ist unglaublich spannend, es ist eine tolle Stadt, es ist ein toller Standort. Ich bin seit fast acht Jahren dabei und immer noch überzeugt davon, schauen Sie sich an und gehen Sie überall hin. Das ist das Wichtigste, Sie müssen sich einfach angucken, wo Sie studieren wollen. Es ist eine Lebensentscheidung und wir versuchen Sie so gut wie möglich dabei zu unterstützen, gucken, kommen und sich einfach mal inspirieren lassen. Was hier auch nochmal besonders ist im Vergleich zu anderen Standorten, ist natürlich die Tatsache, dass wir hier wirklich das Gebäude komplett neu nach unseren Bedürfnissen umgestalten. Das heißt, alles, was auch hier in puncto Hochschullehre und Hochschulambiente passiert, ist state of the art und ist wirklich auch wegweisend im Vergleich zu anderen Standorten. Ich freue mich absolut darauf zu sehen, wie das auch unsere Studenten annehmen werden. Aber von dem, was wir hier machen, das kann man wirklich mit keinem anderen Standort vergleichen, so wie die ganze Stadt mit keinem anderen Standort vergleichbar ist. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste.